Ja, moin moin und herzlich willkommen im neuen Schuljahr 2018, 2019 jetzt schon. Und ich möchte nur ganz kurz erzählen, wie es hier weitergeht auf diesem Kanal. Und zwar machen wir im Schuljahr 8 mit Svea weiter. Das heißt, es gibt mit Svea jede Woche ein Video. Wir begleiten also, oder wir beide erarbeiten zusammen praktisch wöchentlich den Matheunterricht. Kommt also Woche für Woche ein neues Video, wo wir ein bisschen besprechen, was kam in dieser Woche im Matheunterricht vor. Was für besondere Aufgaben, was muss man besonders wissen. Wir besprechen ein paar Hausaufgaben, beziehungsweise kümmern uns um das, was im Unterricht dran war. Ja, dann ganz interessant, miteinander geht es auch weiter und zwar jetzt im letzten Jahr. Das heißt, das Abi steht vor der Tür. Und das wird natürlich interessant. Wir haben jetzt sozusagen den Abi-Countdown hier. Den leiten wir dann nächste Woche ein und bereiten uns konkret auf die Mathe-Abi-Prüfung vor. Und zwar Woche für Woche hier wieder die wichtigsten Dinge. Okay, ein, zwei neue Formate wird es auch geben, aber dazu kann ich jetzt noch nichts Konkretes sagen. Das werde ich aber demnächst tun. Ich wünsche auf jeden Fall allen viel Spaß. Ich hoffe, ihr zieht ein bisschen was aus diesen Mathe-Videos. Und ich bemühe mich natürlich, wie immer, das alles noch zu verbessern, neue Ideen damit einzubringen. Ja, und hoffe, dass ihr einen guten Start in das Schuljahr habt. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Andreas. Tschüss.